Und über den Stabwechsel in Kuba möchte ich jetzt mit Ulf Röller reden. Herr Röller, Raul Castro, der bleibt ja im Hintergrund als Vorsitzender der kommunistischen Partei. Wie viel eigene Kraft hat denn Miguel Díaz-Canel? Also es war schon sehr aufschlussreich, die Rede zu hören des neuen Präsidenten von Miguel Díaz-Canel, weil er eigentlich eine Rede gehalten hat als ein neuer, der die Alten bewundert, die Revolutionäre gelobt hat, Raul Castro nochmal quasi auf einen Sockel gehoben hat und gesagt, wie wichtig er weiter für das Land ist und für die Revolution. Und dann hatte man manchmal bei der Rede den Eindruck, dass der neue Präsident so ein bisschen ein Präsident im Praktikum ist, der sich jetzt erstmal bewähren muss, ob er das große Vermächtnis der Castros auch wirklich richtig und im sozialistischen Sinne verwaltet. Eigentlich gehen alle davon aus, er ist es. Er ist ein Apparatschick, der handverlesen ist, der nicht ganz so charismatisch ist wie die Castros, aber der eben Kuba und den Sozialismus, so wie die Castros sich das vorstellen, sehr gut kennt. Natürlich ist er eine abgeleitete Macht, wie man so schön sagt, von Raul Castro, weil der bleibt eben, wie Sie sagen, Parteivorsitzender. Und die Partei ist das alles Entscheidende in diesem sozialistischen Staat. Sie bestimmt, was gemacht wird und sie bestimmt vor allem auch, wie viele Reformen, auch Wirtschaftsreformen zugelassen werden. Und der neue jetzt, Miguel Díaz-Canel, muss jetzt eben sehen, wie weit er in der Partei als Präsident Mehrheiten schafft für einen sehr vorsichtigen Reformkurs. Da gibt es viele Skeptiker. Wir wissen, dass dieser obersten Parteileute sehr, sehr alt sind. Das sind viele alte Revolutionäre, die eben keinen großen Umbruch haben wollen. Und da wird man sehen, wie der neue Präsident diese Gratwanderung hinbekommt. Sie sagen, es gibt viele Skeptiker. Es gibt aber auch viele Probleme und viele inzwischen auch alte Probleme. Die Wirtschaft, die tritt auf der Stelle. Die Infrastruktur ist, sagen wir es mal, höflich verrottet, aber eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und die Kubaner, die gehen auch so langsam auf dem Zahnfleisch. Wo sollte denn Miguel Díaz-Canel ansetzen? Ja, es gibt diesen schönen Satz, dass eigentlich Havanna, die Altstadt, so ein sozialistisches Freilichtmuseum ist, wo die Fassade bröckelt, ähnlich wie der Sozialismus. Es weht viel Geschichte durch die Stadt, aber wenig Aufbruch. Ich meine, Raúl Castro hat ja vor einigen Jahren versucht, die Privatwirtschaft zu stärken, diesem Land, weil er mehr Wohlstand für die Kubaner wollte. Er hat zugelassen, dass private Geschäfte eingerichtet werden dürfen, dass man eigenes kleine Unternehmen haben durfte, die Kubaner konnten Geschäfte anmelden. Das hat er jetzt vor einem Jahr wieder zurückgefahren, weil er die Angst hatte, dass das zu viel Aufbruch ist und zu viel Schwierigkeiten ist und auch eben zu viel soziale Ungleichheit schafft. Und jetzt wird die spannende Frage sein, ob eben der neue Präsident diesen angefangenen Wirtschaftskurs, diese leichte Reformierung, ob der da wieder ansetzt. Und es schafft die Skeptiker, gerade auch in der Parteielite, zu überzeugen, dass es eben dringend notwendig ist, dass Kuba sich öffnet, dass Kuba bereit ist, privatwirtschaftliche Strukturen zuzulassen, damit diese Mangelwirtschaft, die in dem Land herrscht, eben einigermaßen bekämpft wird. Weil man muss eins wissen, den Kubanern, das haben wir auch bei unseren Gesprächen jetzt wieder gehört, bei der Präsidentenwahl, denen ist es gar nicht mal so wichtig, dass es jetzt große politische Freiheit gibt, dass man also wählen kann und so weiter. Das ist nicht ihr großes Thema. Ihr großes Thema ist wirtschaftlicher Aufschwung. Der Kubaner lebt im Durchschnitt von etwa 25 Euro im Monat. Er muss sich sehr, sehr genau gucken, wo er seine Lebensmittel herbekommt. Es verhungert keiner, dafür sorgt der Staat. Aber wie gesagt, man lebt an einem bescheidenen Minimum, ein Leben nach, auch mit Entbehrungen. Und wenn sich da nichts tut, wird die Unruhe eigentlich größer werden. Und der neue Präsident hat dann Schwierigkeiten, wenn er eben bei diesem Wirtschaftsaufschwung nicht liefert. Die Frage ist ja nur, ob Kuba das aus eigener Kraft kann oder andersherum formuliert, liegt der Schlüssel für den Erfolg von dem wirtschaftlichen Aufschwung Kubas möglicherweise in Amerika. Da leben ja auch viele Exilkubaner. Absolut, wenn man das weiß, wie viele Exilkubaner in Amerika leben. Die sind sehr wichtig für die kubanische Wirtschaft, weil sie immer wieder Geld zurückschicken in die Heimat. Und da ja auch die Reisefreiheit wesentlich größer geworden ist. Unter Raul Castro können sie hin und her reisen ohne Probleme. Und die sind sehr wichtig für die kubanische Wirtschaft. Es hat ja diese Öffnung gegeben. Raul Castro hat sich ja mit Barack Obama getroffen. Und aus Feinden sollten Partner werden. Das war der große Wunsch. Und es hat wirklich einen Aufbruch gegeben. Es gab Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und den Kubanern. Es gab erste Annäherung. Und vor allem hofften die Kubaner, dass sie eben durch Investitionen, die aus Amerika kamen und kommen sollten, wirklich wirtschaftlich profitieren könnten. Was vor allem kam, als Obama quasi das Startsignal gegeben hat, diese alte Feindschaft zu begraben und sich zu öffnen. Es kamen unendlich viele amerikanische Touristen, die dieses Land Kuba sehen wollten und haben damit viel, viel Geld in Kuba reingesteckt und investiert und dem Land sehr, sehr gut getan und einen Aufschwung geschafft. Seit Trump dran ist, hat sich das dramatisch verändert. Trump und Tauwetter auf Kuba, noch kurz, geht das denn überhaupt zusammen? Nee, eben nicht. Trump hat quasi die Sache zurückgedreht. Er hat einen massiven Antikommunismus-Kurs gefahren. Darauf haben auch die Castros reagiert. Das Verhältnis ist wieder schlechter. Die Errungenschaften sind eingefahren und auch wesentlich weniger amerikanische Touristen kommen und damit die Wiesen, weil die Amerikaner Angst haben und teilweise auch nicht mehr so leicht ins Land kommen. Also dieses zarte Pflänzchen, diesen Aufbruch, den Obama und Raul Castro geschaffen haben, der ist mit der Trump-Regierung mehr oder weniger zerstört worden. Da herrscht eigentlich jetzt wieder die alte Feindschaft. Das sagt Ulf Röller, der Kuba von Washington aus beobachtet. Vielen Dank dafür heute Abend. Vielen Dank.